wir sind das team ab heute in sachen ttt ja also wir haben einen neuen herz der herzen leute wenn ihr akte die dritte töten ok das ist das problem mit was ist du kannst du nicht mehr beschützen oder lauft einfach irgendwo hin danke 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 guck schieß schieß doch wird er euch dabei so wie wie die wollen sie doch sterben ok lass ich gelten ich mein ich hab das angeheuert ich muss die tic-tac weg stellen ich brauche im ttt mehr tic-tac als beim halo tic-tac hast du denn eine taktik ja das vermute ich ja immer deswegen ist sicher tic-tac so immer daran denken nur zwei kalorien mit schiffen hier hat man sich der kannte nicht mit steuerung das gefühl dass meine platte gleich voll läuft ich glaube nico ist es ich glaube auch dass es nico ist jetzt habe ich bock auf nico ist es sowieso die ist viel zu ich will doch nur nico erschießen ich habe voll bock auf nico ist es ich bin es nicht ja ist logisch ja doch weil ich bin inno er ist detektiv ja ich bin ich muss euch wiederfinden ich habe mich versteckt wo bist du hier wurde geschossen wie geisteskranke ich muss ja nur noch eine minute durchhalten hier ist es ja so was an zu hängen ist richtig scheiße ja jetzt hat man nur noch zu achten wir zu acht die wills auf werden ok dieser krimmige panda bear ist so ein wichser aber irgendjemand muss es noch sein und ich fürchte dass es aktose ist es ist aktosa es ist aktosa die beiden sind schon und wir haben jetzt durian oder ich bin hier bei dorian ok ich bin bei aktosa und wenn die strich ich bin ein big boss dran ich bin auch bei dir der schoko kopf ist tot ja irgendwie sollte nico vielleicht arbeit nachgehen das unten kommen jetzt kommt dann ich bin ja ich gelernt habe und wenn man ist an der jahre an der warte mal warte mal wieder oben als Vorsicht, Piggi, Vorsicht, 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 Vorsicht. Das war geil. Wie er schreibt ein Herz. BAM! Der ist schon beide weggeknöbeln. Ey, ihr Drecksache! Wir gehen einfach wies! Boah! Weil Dorian so blöde Grandom-Tab bin ich so früh gestorben. Ja, klar. Er töte dich, ich komm raus, klar. Anker, Anker. Ja, ähm. Du sterbst, ich komm raus, töte beide und du kriegst einen Lachanfall. Ja. Aber ich glaub, wo ich mich gekillt habe, war ich eh klar, dass ich's nicht, oder? Ich hab mich gewundert, warum der Verdacht auf dich gefallen ist, nur weil du doch hochgelaufen bist zu Dorian. Das hab ich nicht verstanden von Bernie. Das ist irgendwie, weil mal ruhig ist, ist mal Trader. Ich fragte Dorian, ob jemand TS kommt. Vielleicht sieht er uns nicht hier im Channel. Ich kann jetzt nicht grad nicht... Der Popo! Anker, Mann! Ich sag mal Anker, das ist... Anker, ich beschütz die! Ja, ich besch... Ey, 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 ey! Wuh, 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 wuh? Ich glaub, Schoko hat versucht, seinen Fall mit Pfeilen aufzufangen. Nee. Ich beschütz Anker auch. Pippa! Nee, Anker, ich beschütz dich wirklich. G-G-G Gut! G-G-G Nein! Also ich mach einen auf Begisker, weil er auf Us Crofter. Kannst du Schoko untersuchen? Vorher frei... Lauf! Hallo, unfutter! Äh! wer ist denn noch über dorian weil ich den verdacht hatte das war so verdient wen hab ich noch alles mitgenommen gar keinen also mich nicht mich hat dann Belga abgeknallt mich hat er ne ich glaub entweder hat der ihn wo ihn gekriegt hat mich gekillt oder er als du schon so gesagt hast ich hätte ja gehofft dass ich so lange am Leben bleibe dass ich die Kiste untersuche aber nein Belga knallt gleich weiter er knallt ich sag einfach mal frei raus ja ich mach ich mach einen auf BigWarsCraft auf BigWarsCraft auf BigWarsCraft ach der ist süß ne BigWarsCraft sollte sich nicht mit mir einlegen das ist schief das beste wäre wenn wir jetzt bei der Traitor werden ne dann lacht die liebe da an Kollege wieder mal enorm in dem ist schoko und der schicht steht erstmal auf kamerung guckt den fußboden an gewischt ist ich stehe am rand ich bin ja ganzes krank wieder auf tausend gesetzt so gut so da wie das meiste kam ich konnte die frage ist ein schlechtes kam dann besser ja ja da gibt es nach unten hin auch eine grenze wo du wieder keinen schaden macht keine ahnung ich glaube nicht das afk ich habe ihn getötet aber ich bin es nicht ja was steht da steht jetzt dass der dna fetzen von anker ist aber hast du jetzt glück gehabt ich bin in ackers kopf was ich dreimal verdächtig schon aus dorian und guck mal da rein ok da muss ich erst aufmachen und dann kannst du glaube ich gucken die schrift ist blau ich so soll ich es schon wie das weißt du das unschuldig umstehst und die ganze hier war das da in der kiste ist was ist es ist ein großboden gestorben dann würde ich sagen ja danke so wie es mal noch wusste egal wann haben wir gewonnen also wenn wir wollen jetzt später ist dann wird nicht bei aber den haben wir können schon ich kann nicht schießen ich habe noch ein herz schade ich sage das ist so wie es da oben gestanden ist ich musste meine ich musste meine chance nutzen ja ist schon ok belga aber ja ich fand ich weil der detektiv gerade um die ecke kam belga was hat das doch gesagt du wolltest gerade ihm irgendwas sagen hast aber darauf gehört wie du tot warst ich habe vergessen was sie jetzt sagt wollte ich glaube ich glaube ich wollte ich war okay ich war so die ganze zeit zu retten mehr wenn wir müssen comeback mit jeder auch noch aber ich bin das stückchen fleisch für eine gruppe sex und schon kann ich wieder nicht mobilisieren weil einer gruppe sex du wirst du wirst noch mal doch was auf die orgen ihr schwenzt nur wo schießt kannst du das nicht mach ich dir vertraust du mir er schießt dir nee hab ich schließlich traut sie mich ab du vertraust du mir ein au au ich habe überlebt ja ich habe überlebt ich habe die stimmen nicht verwechselt ich habe geschlagen ich habe zu bilder das kannst du jetzt aber schon noch monetarisieren oder war oder nego nein ich weiß nicht ich hab nicht geschossen sollte bernie mal hin und die kisten untersuchen hatte werden nicht ich habe geschickt gemacht ich hätte was gesagt gegenseitig nein ich tue nicht will man kann man nicht versorgen ich habe noch nicht mal geschossen da hat sie schon dreimal geschossen ja belga war sie offenbar nicht oder lebt belga noch ich laufe voll weg das ist euch klar ich habe gerade getötet ich gebe dir rückendeckung weil ich glaube akkose ist nicht er ist mir gerade entgegen gekommen hätte mich locker töten können ja nicht gesehen